haben wir irgendwo ein kanister und was haben hier die sind geil ja wie ging das noch mal die sind richtig fett die dinger so geil und explosionsstab haben hier gleich den schrott so die lady die kleine lady wurde glaube fünf wenn ich das richtig gezählt habe mama ich weiß du willst nicht mit uns zu tun haben aber die kleine brine würde wirklich gerne ihre großmütter treffen liebe grüße janet und skylar brine was ist das für ein name alter habe ich ja noch nie gehört ja die brine ob die noch lebt kanister nehmen wir gleich mit können aber sein den brauchen wir vielleicht für den ballon wobei wenn ich irgendwo noch hochklettern muss dann kann ich ja gar kein kann ich ja groß mitnehmen so kann ich aufbewahren einmal hier zur sicherheit dabei bis jetzt noch nie groß gebraucht außer einmal um die türe aufzusprechen hier eine leiter suchbereich habe ich ja komplett also muss ich mich auch nicht mehr groß umschauen außer es gibt vielleicht irgendwas zu essen finden benutze den schalter der winde um den ballon herunterzuholen ich kann auch was anderes herunterzuholen ohne in den schalter der da finden den generator diese wende und betanke ihn um den da drüben hier oder da und wie krieg ich hier und kann ist doch hoch das klappt doch gar nicht oder was haben wir hier drüben ich bekomme ich ja kein kann ist doch nach oben das ist so meine frage eigentlich oder darf ich den jetzt ohne darf ich den jetzt da hochschmeißen einmal hier und dann ja wohl den kann ich doch gar nicht so weit hochschmeißen ich habe gedacht so eins nach oben dann darf ich hochlaufen da runter springen und dann nochmal ein bisschen nach oben ich weiß ich weiß nicht so ganz weil wenn ich den jetzt nehme ich komme hier die leiter nicht hoch würde ich auch so einen generator aber ne der ist da hinten wollen wollen ok hätte ich jetzt nicht gedacht dass man mit dem kanister die gleite hochgehen kann ich meine ein bisschen umständlich geht aber eigentlich schon aber hätte es gedacht der lasse fallen da war aber nicht viel drin da aber verdammt noch mal nicht viel drin so ich hoffe das reicht heute auch ok der ballon an sich ist voll das ist ja so an sich ganz gut so dann schauen wir mal wie es hier aussieht so hier haben wir die festung da drüben der punkt ist die mission was haben wir denn hier eine vogelscheuche eine vogelscheuche stark stark gibt es eigentlich noch was als stark also noch stärker hier ein lager lauter vogelscheuchen hier ok den einen sniper haben wir eh schon abgeballert das ist aber könnte ja trotzdem mal sein dass irgendwo welche sind hier in die richtung gerade gar nichts sehe ich gar nichts hier vogelscheuchen lauter scheuchen alter hier noch ein sniper ganz alleine ok ja viele vogelscheuchen ok aber in meine richtung ist das gerade nicht sehr viel ok deshalb können wir einfach direkt hier hin fahren einmal ich will wieder so einen sturm haben der war geil in der einen region ein bisschen heftig und so aber an sich war es eigentlich schon ganz cool hatte ich schon was von ich glaube 600 schrott habe ich dadurch bekommen an sich und halt ja fast auto kaputt ich selber fast kaputt aber das ist ja ich habe es ja überlebt ich hoffe das überlebe ich oh alter ok also vorher sind wir glaube ich nicht so weit runter geflogen da habe ich mehr schaden bekommen aber ich habe auch nicht so eine komische rolle gemacht keine ahnung wie das passiert ist ok wir müssen glaube ich rüber hier zu dem boot so geht es hier rein hier geht es irgendwie nicht rein hier können wir irgendwo runter steigen aber ich sollte erst mal aufs boot steigen können kriegstruppe ne hier kommt nicht zu mir so was haben wir ein schrottteil ja ok das wird dann wohl unten sein aber ansonsten nix munition hätte vielleicht noch da sein können aber mehr wieder auch nicht so na dann war es das glaube oder vielleicht kommt noch mal irgendwo so ein kleiner suchtbereich aber eigentlich können wir jetzt richtung fest schon gehen ja mal schauen was wir da so tolles alles machen können oder was der uns anbietet was wir für ihn tun können deshalb schauen wir mal ob der uns auch so herzlich empfängt wie der chat damals war ja ein bisschen misstrauisch am anfang was wir was wir das was wir das was wir das Der Frenzy, der Betrefford, der Magnificent Manifold, Lowe, Lowe! Es ist! Es ist der kleine Kaffee des Carburetors. Wer kann das Wimpern vergessen? Und das Wimpern-Sucklin-Face. Oh, du bist ein paar Mal, wenn du das machst, Junge. Wir haben uns mit Bezug. Nichts mehr. Ich habe Gas. Oh, mach mich, kleiner Mann! Antes, ich mache ein Blutsport von deinem Motorrad. Er ist kein Motorradrader. Er wurde mir von der Engel verabschiedet. Engel. Wir haben mit den Wasser-Güssen hier. Wir wollen, um den Todes zu machen. Mein Sanctum. Mein Sanctum ist verletzt. Es ist verletzt. Alles, was ich habe, ist weg. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Das Auto braucht eine Heilung. Sie macht das. Und die Kraft. Ja, wenn du uns hier immer bleiben und wiederholenst, dann werde ich dir diese... Die... die... die Hände von Blackfinger. Ja? Du hast eine Chance für mich. Oh, danke. Danke, B! Danke, B! Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leased. Don't need any of his perversions on my ship. I... I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find your welding wire. Okay. Ja, jetzt sind wir an einer neuen Feststellung. Was ist mit der alten? Da können wir, denke ich mal, auch noch vorbeischauen, oder? Können so hin und her switchen oder können die hier noch ausbauen? Teile benötigt hier, sind noch so ein paar Sachen. Ich denke mal, kann man dann so ein bisschen hin und her switchen. Da haben wir ein paar Verbündete und so. Hier sieht man auch schon wieder. Gibt's auch Teile und so. Okay, das Witzige ist, das ist wohl immer dasselbe, denke ich mal, hier. In den... Äh, in den Festungen. Ja, das mit dem Fahrrad. Was bringt das? Können wir hier auch mal machen, oder? 500 Shot ist jetzt nicht so viel. Bei Chat waren es 1500. Das ist dann schon einiges. So, ein Groß. Okay, Falle von Gutgast. Diese ordentliche Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Ja, okay. Und was heißt das jetzt genau? Weiß ich auch nicht. Es gibt noch irgendwo Schrottteile. Kann ich noch irgendwo was essen oder so? Was haben wir denn hier? Boah, ein Madenbrot berecht, der Max Gesundheit kostenlos wiederherstellen kann. Die sehen alle so ein bisschen krank aus, kann das sein? Irgendwie schon so ein bisschen. Was ist denn? Haben wir hinten irgendwelche Schrottteile? Ich denke, die ist jetzt eigentlich gar nicht dabei, gell? Der ist gar nicht hier. So an sich mal gesagt. So, etwas dunkel, ich weiß. Sind die irgendwie schiffskrank oder so? Ihr wisst schon, dass wir in der Wüste liegen auf dem Sand? Oder bilden sich das ein, dass das Schiff immer schwankt? Oh, ein Relikt sogar. Oh, das wäre auch gar mit so einem zu fahren. Was in aller Welt ist dieses Teil? Ja, oder so übersetzt. Ein Motorrad. Max sagt gar nichts dazu. Kennt ihr das nicht? Eher so Richtung Chopper? Sollte er doch kennen. Oder sind die auch ausgestorben? So, hier haben wir noch was. Nur ein Teil. Voll Wenigung. Wie ich glaube, bei Jets Festung war es ein bisschen mehr. Wir haben hier noch mit dem Schweißtrat, gell? Asche zu Asche. Okay, eine Mission. So, ich werde erst mal das hier holen. Oh, das wäre eigentlich auch nett. Hier mit dem Spellcrew wieder. Das Ali Suchbereich. Achso, ich habe gedacht, das ist mit dem Schrott, wo es hier bringt. Ah, ich kann gar nicht runter. Runterspringen will ich jetzt auch nicht unbedingt. So, wie weit ist denn das eigentlich weg hier? Nee, ist irgendwo hier sogar. Und, und Buggy Projekt gebaut. Ich schaffe hier den Schweißrad. Hä, wie komme ich da hin? Oh, Moment mal. Eigentlich ging es, glaube ich, noch woanders hin. Nee, von hier bin ich gekommen. Dann ging es noch einmal hier entlang. Ah. Ja, was haben wir hier? Putscrew. Das Vermeck-Schrott von allen vernichten Fahrzeugen innerhalb des Hoheitsgebietes der Festung sammelt. Ah, da müssen wir ihn gar nicht ausstecken und immer das Schrott holen. Das wäre eigentlich auch ganz nützlich. So, benutzt die Werkstatt, um alle Verbesserungen für den Jack einzubauen. Okay. Alle. Habe ich überhaupt so viel Schrott? Glaube ich eben nicht. Achso, eigentlich muss ich gar nicht hier zu dem hin. Die Panzerung Babygitter für den Jack kann jetzt in der Werkstatt angebaut werden. Ja, aber was ist, wenn ich das nicht will? Oder muss ich das machen? So, wir haben hier Panzerung. Ein Babygitter, weil das halt auch Gewicht bringt. Fingert den Aufprall, Schaden durch Fahrzeuge, Umgebungsobjekte und Explosionen um 5%. Geht halt die... Wenn man hinschaut, die Beschleunigung geht halt runter. Aber die Abwehr geht dafür hoch. Fahrverhalten geht auch ein bisschen ins Minus. Das scheint ein bisschen schade eigentlich. Gebaut, der Jack! Okay. Ansonsten... Was können wir sonst noch Tolles machen? Ich frage mich, wieso kann ich das nicht machen? Fahrverhalten wird weniger. Ich baue ihn jetzt einfach wieder ein. So, hier haben wir ja eigentlich alles. Nichts Neues an sich. So, was haben wir hier? Felgen. Reißer Felgen. Versagt Schaden bei Feinden, wenn man seitlich gegen das Fahrzeug schleift. Das hört sich interessant an. Bringt auch gar nicht so viel gegen... Also, ist nichts Negatives. Was haben wir hier? Abwehrstacheln. Hier Enterabwehr. Was haben wir denn? Heckstacheln. Macht es praktisch unmöglich für Enterer auf dem Heck das Magnum Ops zu landen. Ah, okay. Stachel bedeckt macht es praktisch unmöglich für Enterer auf dem Mac zu landen. Magnum, auf dem Mac. Auf dem Macbook. Ähm, okay. Das ist auch geil. Dann kann man vorne machen. Oder hinten. Vorne und hinten. Und hier einmal bedeckt komplett. Sollen wir das machen? Ja, aber so oft hat man das noch nicht. Also, das spare ich mir noch so ein bisschen. Oh, Harpune neu. Stoßstangenaufsatz. Angriff Harpunen. Starke Bauwerke. Kann mit Booster einen Harpunenrempler ausführen, wenn sie an die hintere Stoßstange eines Fahrzeugs gehängt wird. Auch stärkere Bauwerke niederzureißen. Ja, das müsste doch dann die Stufe 3 sein eigentlich schon, oder? Das baue ich mal ein. Das benutzen wir auch häufig. So, ansonsten Sniper. Was kann ich hier noch verbessern? Die Größe des Magazins. Okay. Ah, ganz groß wollte ich eigentlich gar nicht. So, vor allem das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss ein paar Sachen abrüsten, um den Jack zu bauen. Vor allem hier, benutze die Werkstatt, um alle Verbesserungen einzubauen. Aber was ist das? Ja, okay. Den Motor muss ich natürlich... Ich verstehe es nicht. Wieso? So. So, aber dann bleibt es noch. Irgendwas fehlt ja eigentlich noch. Oh, was haben wir hier? Äh, darf ich die Reifen... Ja, was bringt es an sich? Hauptmission abgeschlossen. Chumbucket nennt ihn der Jack. Und für mich kommt das Ding dem Gefährt, das ich brauche einen Schritt näher. Gestern bleibt unser Ziel, doch noch sind wir nicht bereit, dorthin aufzubrechen. Magnum Opus. Konsecrated Corpus of the Angel Combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly. And ready for anything? It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. And maybe, maybe not even that one. Ja, okay. Kann ich das jetzt weiter aufbessern? Wir haben irgendwo eine Mission mit so einem, äh, mit so einem Schloss dran. Die nächste Hauptmission ist gesperrt. Sprich mit dem Missionsgeber, um die Voraussetzungen zum Freischalten zu sehen. Okay, äh, Missionsgeber ist hier oben einmal. Aber hier ist noch irgendwo eine zweite Mission. Dann ist auch noch die Zeitpunkt ausgerufen. Vielen Dank.